keine karte von dieser gegend da sind natürlich auch ich habe keine karte von dieser gegend kann aber doch jetzt muss ich mal jetzt muss ich muss jetzt wenden und zwar meine ansicht ich will mit niemandem was zu tun haben wo bin ich überhaupt das war das ist auch die anders welt und das ist gar nicht gut hier oben das schloss ist kaputt ja das schloss das ganze spiel ist kaputt komm ich da hoch eine leiter hängt zur hälfte von der decke hängt von der hälfte von der decke diese leiter moment kann ich da irgendwas schieben das ist jetzt kammer technisch ist das also hast keine karte aber du kannst doch bestimmte hoch steigen das ganze top stimmt tun ja wenn ihr von der hälfte von der decke hängt oder die vielleicht runter schießen und keine ahnung kratz 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 eine leiter hängt von der hälfte von der decke selbst wenn ich auf dem tisch stehe und mit strecke kann ich sie nicht erreichen wenn ich nur was hätte mit dem ich sie fassen könnte nicht waffen sondern gegenstände gegenstände werden natürlich nützlich bin t shirts nein da kann ich mich nur umziehen aber nein geht auch nicht da muss ich noch einen gegenstand finden das ist ja ich sehe es ja schon ich sehe es ja schon ja okay ich sehe es ja schon ein eine güte findet sich dieser gegenstand eventuell draußen das ist ja auch so wo ich herkomme türen kaputt sind ja alle türen kaputt in silent hill ja ich meine ich kann jetzt dafür dass die türen kaputt sind ja jetzt drehen die kamera mal rum und wieso ist wieder die irgendwie so ein typ hier unterwegs ach da kann ich auch gleich drauf ziehen ich zähle noch mal drauf ach noch einer wer hätte das gedacht who had for it nein ach nicht noch irgendjemand der ach du ach jetzt bin ich ich bin jetzt irgendwo drin wo es hell ist achtung schalten sie das licht nicht aus wenn sie den raum verlassen es ist offensichtlich wenn nicht eingeschaltet wurde ich habe eine erste hilfe kasten ich habe patronen für die pistole ich habe was rot für die pistole also ich habe wirklich viel wenig also wenn ich wenn ich ausschalte was ist denn da offensichtlich wenn ich das nun tue und ich schalte das jetzt aus ja mein schatten ihr macht mir keine angst jetzt habe ich wieder jetzt fühlt sich das so komisch an dass ich hier waffen werde ich jetzt mal die pistole nehmen und neu laden ja draußen ist ja noch einer der mich nervt ist ja jetzt weg ja das dreht sich alles so kann man sich so laufen in der ganzen geschichte ach zum glück wenn jetzt jede tür auf wäre jede einzelne tür offen wäre dann wüsste ich nicht ja jetzt ach du lebe nein 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 was ist denn mit euch los was stimmt denn mit euch nicht lasst mich das mit dem nach unten zielen das nach unten zielen das habe ich auch das habe ich mal vom zweiten teil gehört dass wenn man nach unten zielt das schloss ist kaputt kann es nicht öffnen man kann das ist schön dass ihr weg seid so was von nicht wirklich durch das falsche durch die falsche gegend gegangen mir reicht sie einfach drauf ich ziele einfach drauf und jetzt nehme ich mir ein bisschen energie ja ich weiß ich das ist einfachste wir sind hier in einer anderen welt da muss ich krass schon mal den überblick verloren ich muss ja einfach nur aus dem kaufhaus raus also das hier oben das geht wieder nicht weil ich habe ja nichts gefunden ich habe ja nichts gegenstände vorräte womit ich mich hochziehen könnte ist nicht so schlimm daher komme ich auch her ok karte karte ach die habe ich nicht ich habe keine karte das ist das problem ich habe nicht mal eine taschenlampe nicht mal eine taschenlampe habe ich sorry wenn ihr das klicken hört das ist mein kontrolle kontrolle ich speicher das mal so weil die hunde sie sind nicht mehr da die hunde sind tot hat der auch das stockwerk was ich betreten konnte drück ich drück immer die immer wieder die taste aber der aufzug kürzlich kein stück ja das wird wohl mit dem strom zu tun haben schätze ich mal schloss ist kaputt schlösser sind prinzipiell kaputt und aufzug alles was ringsherum um den aufzug ist ist auch kaputt es rührt sich nicht ich komme hier auch nicht rein ja falls ihr denkt ich komme da rein komme ich ja hier rum könnte ja sein ist das der aufzug ach ja das ist doch ich komme doch damit auch nirgends hoch ist das ein rätsel was ich lösen muss mit dem stuhl oder ist das weil ich glaube ich muss wirklich irgendwie hier hoch kommen ja die hälfte unter der decke ich jetzt kann ich die strecken ja du suchst wieder irgendwas was sind das waffen die ich benutzen muss das kann doch nicht sein es sind wirklich nichts hier was hier irgendwo liegt da muss irgendwas mal in der nähe sein haben soll ich das suchen wie so ein honk höh hm höh hm 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 Zumindest habe ich meinen Brenner. Ja hier ist alles kaputt. Ach Mensch, was soll ich denn von wo noch holen, von wo soll ich denn noch was holen, von irgendeinem Geschäft hier, oder, ja, ist alles zu, ja, ist ja alles, ist ja logisch, ja, auch zu, klar. Auch logisch, dass, so, ist jetzt hier was zum runterziehen. Was jetzt, ich habe eine Taschenlampe. Es ist Wahnsinn, ich habe eine Taschenlampe. Gibt es denn noch was, weil ich sollte da das Licht ja nicht ausschalten. Hä, ist noch was? Ist hier noch was zu holen? Wollt ihr mir nur Angst machen, oder? Okay, ich habe die Taschenlampe. Okay, wir probieren jetzt jede Tür aus. Jede einzelne Tür. Oh nein, bitte nicht so. Die Musik alleine. Alles was hier an Musik ist. Oh nein, lass mich doch nicht immer so. So, ich brauche was zum, zum runterholen. Wieso gibt es hier nichts? Irgendein Regenschirm, irgendwas, wo man was runterziehen kann. Auch eine Weste. Ich habe eine Weste gefunden. Kleider bügeln, doch einen mit. Ich habe einen, ich habe tatsächlich den... Oh, jetzt lass mich mal das zurückfinden. Hier lang war es nicht. Äh, es war... Es war... Nein. Da bin ich überall vorbei. Moment, ich... Ich muss wirklich mal schauen, wo ich was runterziehen konnte. Hier nicht. Ich habe jetzt schon fast alles getötet. Oh, ich bin jetzt echt am verlaufen. Ich verlaufe mich jetzt langsam. Nein, ach, wo war denn die Tür? Wo war denn diese Tür, wo ich äh... muss da irgendwo gewesen sein, ja. Immer wieder die Taste. Aber der Aufzug funktioniert nicht. Das ist ja immer noch in dem Kaufhaus, ja. Da ist ja nicht so, dass ich... mich viel... vorwärts bewegt hätte. Alter, ich sage, was wollt ihr mich echt verscheißern, ne? Wo war denn diese Tür mit dem... Stuhl und... Ich glaube, ich speichere jetzt wirklich nochmal ab. Ich speichere jetzt mal in... Ja, fortsetzen. Ich überschreibe es. Links, ja. Wir gehen mal links. Ich möchte diese, äh... Tür finden, wo ich vorhin war, wo ich nach oben kann. Da gab es doch eine Leiter. Oh, hier ist das doch. Mann, Mann, Mann. Das kann doch... Mein Gott. Lauf mal, Schnalle. Ich will jetzt wissen... Entschuldigung. Ich will jetzt endlich mal wissen hier, ob das funktioniert. Mensch, du... Gegenstände. Benutzt den... Kleiderbügel. Das gibt's doch wohl nicht. Ich bin doch nicht so dumm. Läuft's hier rum her, fänden Türen zu, alles. Also wieder zu blöd dafür. Oh Gott. Darf ich wenigstens speichern jetzt? Oh Mann, wer weiß, was jetzt gleich passiert. Oh je. Ja, das... Äh... Ich hab keine Ahnung. Ich... 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 Ich ziel nur noch unten bei euch. Och, Mann! Geht ihr echt nicht weg? na endlich das kann ja wohl nicht angehen mehrere zerlegte schaufeltreppen na ja wer weiß was das bedeutet hier hier liegen von puppen gesundheitstrinks da habe ich drei stück jetzt genommen übrigens ok da schaue ich mal ob ich vielleicht ein jetzt erst mal nehmen vorräse das war gut mit dem feuerwerfer da weiß sie ist offen mein gott ich habe schon gesehen walnuss walnuss was jetzt was war jetzt mit walnuss noch ein fernsehgerät das spieler moment ach so das ist das wort speichern speichern leute ich glaube ich gleich erst mal hier weil ich fühle mich gerade so was von verkehrt und weiß nicht wo ich lang muss ich weiß es momentan noch nicht das ist auch das was silent hill ausdrückt dass man nicht weiß wirklich wo man lang muss ja da würde ich sagen ich bleibe erst mal hier stehen und das meine pause ich würde ich sagen bis zum nächsten mal vielen dank fürs zu sehen und mir zu hören ich bin dann erst mal weg tschüss